Games, Jungs, ich bin hier heute mit einem super Guest, genau, kommen Sie her, ja, ja genau, Dayjin, Canadian, kommen Sie her. Guck mal, See, Alter, ich hab das Ding hier gefunden, Alter. Genau, Dayjin, das ist ein Einkaufswagen. Auf jeden Fall, Leute, wollte ich sagen, wir sind am nächsten in Köln und... Hey, See, See, I'm here. Oh no, where are you? See, look, I'm in jail. Help, Daddy, he's in jail. Please help me. HAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH I WANT TO... Hhhhhh, nate. Okay, Guys, this time we're in another jail. Yes, in another jail. Oh, look, Jane. Yeah, Dayjin, this is a jail. Yeah, und warum sind wir denn heute eigentlich hier, Dallian? Also, wir sind hier, weil wir euch sagen wollten, dass wir demnächst ebenfalls in Köln auf der Gamescom sind. Games! Was soll die Scheiße, du Missgeburt? Was soll das? Oh, Dinger, nein! Nein! Bastard! Oh shit, Alter, auf! Halt's Maul! Ja, also wir sind doch in Köln. Also auf der Gamescom? Gamescom! Du kleiner Bastard. Also wir sind am Freitag auf der Gamescom, hinter aller Acht. Best, Alter. Sprint! Sprint! Jungs, best, Alter. Wenn ihr Treffen wollt, kommt, redet, macht alles. Die müssen dann aber auch mal was machen, Alter. Just do it! Ich meine, was? Jetzt, Alter, zeigt euch Dalian einen Sidekick. Side to the side! Hast du gesehen, Mann? Ja, Digga. Da, da, da. Ich darf sie da und da, Alter. Nein, nein, da. Ich lasse zusammen, kick mich, komm. Boom! Das war's!